Ruhm jetzt dieses Landes. Wir sind's wieder. Paul. Paul, ich kann nicht so laut. Der Nachbar ist draußen. Der Nachbar ist draußen? Ich ruf Jakob mal an. Jakob von Baywatch Berlin. Den hab ich jetzt über... Es ist eine Chaos-Folge geworden. Das kann man schon mal so viel sagen. Jakob, hallo. Warum rufst du jetzt Jakob an? Zeig mal, was passiert da hinten drum. Zeig mal Joko, bitte. Woll ich mal filmen? Ja. Wir müssen jetzt aufhören. Der Nachbar ist da. Der Nachbar hat sich umgezogen und hat gerade hier rüber geguckt. Der Nachbar ist hier draußen gewesen. Und hat gerade in beiger Hose und rosa Hemd raus. Das müssen wir jetzt unterbinden. Das muss Schluss sein. Ich sag kurz, ich lege auf bei Jakob. Jakob ist im Podcast. Baywatch Berlin meets AWFNR. Heute live in dieser chaotischen Folge mal wieder. Wir haben uns unterhalten. Wir haben die Q&A-Fragen. Wir haben die Welten. Ja, du hörst mich gar nicht. Okay, erzähl weiter. Und wir haben verschiedene andere Sachen gemacht. Es war eine tolle Folge. Und wir gehen aber in die Sommerpause. Mitte August sind wir wieder da. Mit dem Quatsch, den wir da machen. Und bis dahin gibt es den Newsletter. Abonniert den also. Und da werden wir ein, zwei Sachen, was uns so auffällt, noch platzieren. Vielleicht auch exklusive Folgen nur für die Kollegen dort. So eine Summer Breeze. Ich würde mal sagen, wir werden andere Leute Luxusurlaub machen. Alle anderen Podcaster machen eine Sommerpause. Wir sind am Start. Für euch da draußen jede Woche der einzig wahre Karriere-Podcast für Berufsjugendliche ausgezeichnet. Mit der goldenen Henne. Und präsentiert von O2 für mehr O in deinem Leben. Und jetzt geht's los. Joko, wo bist du denn da? Das ist ja schön bei dir. Schön, ne? Ich bin auch, ich bin in Österreich, in den Bergen. Wie man unschwer erkennen kann an diesem wunderschönen... Sieht das für dich auch so aus wie so ein Backdrop von einer Konzertbühne oder wie Tapete? Ist es aber nicht. Ne, wie so ein airbrushter Fotohintergrund. Weißt du, wo du so entweder Alpen oder Beach auch machen könntest. Ja, oder wie diese, kennst du diese Gemälde, die manchmal so, wenn du so 70er Jahre Willen irgendwie von innen sehen kannst. Und dann haben die so einen Spa-Bereich in Privaten und dann hat aber irgendwer so eine toskanische Landschaft an die Wand gemalt, weil das mal total fancy war. Genau so sieht's aus. Ich bin in Österreich bei unseren lieben Freunden im Stangel. Hatte ich ja letzte Woche schon groß... Kriegen wir da eigentlich Geld, so viel wie wir im Stangel wird reden? Ne, leider, leider, muss man leider sagen, nein. Kannst du mal, können wir eine Sache, ich würde mir was wünschen. Bitte. Und vielleicht kannst du das ja mal, sind denn die Junior-Chefs und die ganzen, unsere Freunde, sind die alle da schon? Alle da. Oder? Die sind im Haus. Die sind im Haus. Kannst du da heute mal vorm Abendessen mal einen kleinen Schlenker vorbeimachen und die, wie heißt die nochmal? Maria. Ich habe vergessen, Mann. Maria. Ja. Einmal fragen, ob der Konstantin, ob er dem Konstantin, ich sag mal, so einen Dienstag auf Mittwoch, ein Doppelzimmer, einen kleinen Spa-Treatment, also das die, wo vielleicht der Stange wird, nicht ausgebucht ist. Wenn die ein Zimmer über haben. Dass sie ihn kurzfristig anrufen. Dass der einfach eingeladen wird und mal die Seele baumeln lassen kann auf unseren Nacken, tatsächlich. Damit der, und vielleicht macht es der Stange wird ja umsonst, weil der Stange wird ja oft hier ernannt wird und der Stange wird ist ja ein wirklich toller Ort. Der Stange wird ist ja ein tolles Hotel. Es ist aber wirklich, ich meine, wir waren ja auch schon gemeinsam hier, ich bin lange, lange, lange nicht hier gewesen, ich glaube kurz vor Weihnachten war ich das letzte Mal hier und habe so richtig Entzugserscheinungen gehabt. Die hatten ja auch elf Wochen, war hier komplett dicht. Hier war nichts elf Wochen und die haben die elf Wochen halt genutzt, weil natürlich trotzdem die Belegschaft hier weitestgehend unter Volllast lief. Um mal sauber zu machen. Nee, ich könnte jetzt hier, wenn ich die Kamera hochheben würde, könnte ich sehen, alle Dächer sind neu gedeckt worden, die Böden in den Zimmern sind abgeschliffen. Hier sieht es aus, als hätten die gerade erst aufgemacht. Also sah es eh immer schon, aber es ist wirklich, und dann dieses unfassbare Wetter, hier hat es gestern den ganzen Tag 25, 30 Grad irgendwas gehabt, dann bin ich hier, Jakob ist auch hier, Lunti, der Baywatch Berlin-Jakob, mit dem bin ich gestern wandern gewesen. Warum kommt er nicht mal vorbei? Warum macht er nicht mit hier bei uns beim Podcast? Jakob, ich habe ihn kurz angehauen, es wurde aber unkommentiert liegen gelassen. Ich kann ja, soll ich ihn mal kurz anrufen? Ja, ruf ihn mal über Lautsprecher an und wenn du das Handy in der Hand hast, bitte teile auch die Q&A-Sache von AWFNR, damit wir Fragen kriegen von den Zuschauern sozusagen. Dann mache ich das aber zuerst, ja? Ja, es ist ja eine alte Tradition, dass wir die letzte Folge vor einer Pause immer mit Q&As machen oder mit Fragen und Antworten und dementsprechend, vielleicht kannst du das auch kurz teilen bei dir. Hast du dir doch so einen Filter draufgelegt, wie du siehst aus wie, wie hieß denn der Boxer? Sven Ottke, nee, wie hieß der? Hieß der Ottke? Kennst du den noch? Ja, Sven Ottke, genau, den gibt es. In deiner Story posten. Siehst du aus wie ein Faultier. Ja, das stimmt, du siehst ein bisschen aus wie Sid hier von Ice Age. Ja, genau. Aber jetzt ruf mal dann Jakob an. Muss ich da irgendwie noch hoch, warte mal ganz kurz, ich bin Digital Native, ja, du kannst jetzt hier... Einfach nur in meiner Story teilen und posten. Einfach nur in meiner Story teilen, okay, deine Story. Korrekt. So. Mach das jetzt, ich habe hier auch... Ich habe schon die ersten Fragen hier, weil ich habe bei mir noch Tigran, unser super Tigran, macht ja die Q&A-Verwaltung und schickt uns jetzt jeweils immer Fragen für den anderen. Das ist nämlich das... Lundi liegt nämlich am Pool unten. Siehst du das von deiner Terrasse aus? Nee, leider nicht. Kannst du dich runterrufen? Viel zu laut und viel zu peinlich. Soll ich mal ganz kurz zeigen, wie es da aussieht? Guck mal, da ist der Wall. Und dahinter geht es quasi zum Pool runter. Und da hinten kannst du da hinten dieses helle Dach sehen. Das ist alles neu gedeckt, das ist verrückt. Das ist wirklich... Und das ist ja alles mit so... Das ist ja Handwerkskunst, wenn du so willst. Das ist ja mit feinstem... Mit feinstem Geschmeide, ähm... Ist es eigentlich auch... Ich habe die Decke da hängen. Soll ich die eigentlich mal... Jetzt gestern Abend so runtergehauen. Das wollte ich nämlich gerade eben eigentlich erzählen. Gestern waren es in ganzer 25 Grad. Die hat es hier gewittert. Ich hatte... Ich habe hier einen relativ überschaubaren Balkon. Und ich hatte drei Schirme auf dem Balkon, wovon aber nur einer von mir war. Ich habe keine Ahnung, von welchem Balkon die anderen gekommen sind. Vom Nachbarn. Ist der Nachbar da jetzt noch? Sag mal. Ich kann ja schon mal erzählen, was sehr schön ist. Wir rufen uns immer an davor. Und dann besprechen wir, wie das Bild ist. Und Joko war da und hat quasi dann so rübergeguckt, als ob er ein Reh auf einer Lichtung gesehen hätte als Jäger. Und das irgendwie, oh, eine Sichtung. Das war aber der Nachbar, der auf seinen Balkon gegangen ist. Und ich glaube, es ist ein gesamter Balkon über die ganze Seite, der nur durch so einen Sichtschutz quasi getrennt ist. Und dann ist Joko sehr, sehr nett hingegangen. Hat gesagt, ich muss Ihnen sagen, ich muss jetzt hier ein Telefonat machen die nächste Stunde. Und ich, also es ist auch ein bisschen komisch, weil Sie hören dann nur meine Seite. Und die Themen sind manchmal ein bisschen, naja, vielleicht kann ich Ihnen zwei Bier anbieten, eisgekühlt aus meiner Wiedergutmachung. Ich glaube, die nächste Stunde, wenn Sie jetzt wirklich sich entspannen wollen. Hörst du mich noch? Das ist nicht der richtige Ort hier auf dem Dings. Ich höre nicht, Joko. Lunti, ich bin im Podcast und der Paul verlangt nach dir. Ich wollte es zumindest nochmal gesagt haben, dass du herzlich eingeladen bist, wenn du möchtest, dem Podcast beizuwohnen. Wenngleich, dass hier auch alles sehr speziell vom Setup ist. Soll ich mal hochkommen oder was? Paul sagt ja. Was ich dich aber noch bitten würde, ich würde mal ganz kurz in die Minibar gucken, ob hier noch Vino ist. Ich weiß ja nicht, wie ihr das handhabt. Sag ihm, er soll es mitbringen. Er soll einen schönen Sancerre oder einen Sauvignon Blanc auf sein Zimmer schreiben. Vielleicht kannst du den lieben Jürgen fragen, ob er uns in Vino machen würde. Ich würde das dann nachher auf die 118 übernehmen. Das war nicht schlau, dein Zimmer zu sagen. Nee, bring doch vor Safety in Vino mit, dann fangen wir jetzt schon an zu trinken. Und Konstantin, wenn du dann nächste Woche da bist, falls du hier gerade zuhörst, immer nach Jürgen fragen. Immer nach Jürgen fragen. Jürgen ist der... Ja, wenn du magst, gerne. Irgendeinen weißen oder nur... Du wolltest doch einen Rosé trinken die Tage, dann trinken wir einen Rosé gleich zusammen. Kannst dich auch hier einfach im Hintergrund nur auf die Liege legen und die Sonne genießen bei mir. Ist auch schön. Ja, ich würde nur mal kurz Hallo sagen. Ja, sag kurz Hallo. Alles gut, wir sind hier. Paul würde dich gerne einmal kurz hören und sehen. Oh cool, sehr lieb. Dann, warte mal, wie... Macht dir keinen Stress, wir sind noch eine Stunde beschäftigt. Wie bestelle ich denn die Flasche an dem Ding? Wie du die Flasche bestellst, du gehst da hin und dann sagst du, Entschuldigung, ich würde gerne eine Flasche Weißwein haben. Und dann, keine Ahnung, frag ihn einfach. Oder frag ihn doch, ob es okay ist, wenn man eine Flasche mit hochnimmt. Und habt ihr schon angefangen jetzt? Nee. Ja. Du bist quasi... Ich bin schon dabei, oder? Ja, wir sind mittendrin. Das ist so... So generieren wir Content. Ich rufe dich an. Ach du, das sind meine ganzen riesigen Fragen. Korrekt. Die Antwort ist ja. Natürlich schneiden wir das alles raus, Jakob. Nein, tut mir leid. Ich werde richtig rot hier gerade, das ist mir sehr unangenehm. Er muss es schaffen. Er muss es schaffen, mit einem Weißwein hochzukommen. Leg jetzt auf, Joko. Leg auf, das kriegt er hin. Komm gleich mal rum. Du weißt wo, ne? 118. Am anderen Ende der Welt. Sag mir jetzt immer nochmal. Ja, weil bis der Podcast rauskommt, sind wir schon abgereist. Okay. Schlau. Ja. Bis gleich. Tschüss. 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 Bist du da sicher, Joko? Wann reißt du denn ab? Das müssen wir bitte piezen. Nö, auf keinen Fall. Oh Gott. Es passieren auch bestimmt lustige Sachen dann. Da musst du mal bei der Abrechnung halt gucken. Wer was auf die 118 gebucht hat. Ach ja. Micky Beisenherz zum Beispiel ist auch im Stangewirt heute Abend. Und der ist so ein Typ, der auf 118 bucht alles, glaube ich. Dem schläge ich jetzt mal. Und das Schöne ist tatsächlich, dass der Jakob hat Geburtstag die Tage. Ich sage jetzt nicht wann, weil dann habe ich nachher die ganzen Geschenke auf dem Zimmer. Oder irgendwelche. Ich schicke kurz, warte mal kurz, zwei Sekunden. Nein, guck nicht online nach. Hey Micky, hier ist Paul. Und zwar, ich wollte dir kurz nur einmal mitteilen. Du bist ja im Stangewirt ab jetzt und Joko wohnt im Zimmer 118. Und der Chef von der Bar ist Jürgen. Also wenn du sagst, ich habe das mit Jürgen besprochen, schreibe alles auf die 118. Überhaupt kein Problem. Wir haben auch gerne so acht bis zehn Mojitos. Also hochpreisige Cocktails da an dieser Bar, wenn da getanzt wird. Lad ruhig mal die Theke ein. Einmal auf den Nacken von Joko. Feuerfrei auf Zimmer 118. Viel Spaß. Mit mir kann man es ja machen. Ich bin einfach zu gut für diese. Ich habe tatsächlich schon mehrfach, wenn man hier ist, gibt es immer wieder Menschen, die das glaube ich witzig, also gerade junge Menschen, die das witzig finden. Konstantins. Konstantins, ja. Die dann wirklich so, wo du dann beim Auschecken denkst, das ist eine absurd hohe Getränkerechnung von einer Bar. Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Und dann sagst du, könnte ich den Beleg bitte mal sehen? Und dann hast du da wirklich einer mit so einer Krickel-Krackelschrift Joko und dann keine Zimmernummer, sondern dann so verkrickelt, dass man es nicht lesen kann. Und dadurch kommt es natürlich dann aufgrund dessen, dass es mein Vorname lesbar war bei mir an. Und dann habe ich, ich glaube, mein Rekord waren mal irgendwie 140 Euro von irgendwelchen Dudes, die da, von irgendwelchen Dudes, die da auf meine Kosten, auf meinen Nacken getrunken haben. Jetzt fühle ich mich schlecht gegenüber Jakob, dass ich nicht gesagt habe, dass wir schon im Podcast sind. Ja, was denn? Das ist okay. Damit du das bezahlen kannst, gehen wir einmal kurz in die Werbung, die Stangelwirt-Abrechnung. Hör auf jetzt, wir haben oft genug Stangelwirt gesagt, wir müssen jetzt nicht mehr Stangelwirt sagen. Das glaubt uns eh kein Mensch, dass das unbezahlt ist. Das ist wirklich, jeder Influencer, egal. Machen wir Werbung. Mein lieber Joko, Audible kennst du, ne? Die Plattform für Podcasts sozusagen. Audible, klar. Die haben jetzt einen neuen Podcast. Ich bin tatsächlich seit Jahren Kunde. Entschuldigung, weiter. Ich auch, ja. Jubel und Krawall, kennst du den Podcast? Der von mir verehrten Sophie Passmann und Matthias Kalle, die haben einen Podcast zusammen. Hast du den schon gehört? Du meinst den Podcast über den Bereich Popkultur, wirklich gute Sachen, die kulturell passiert. Wie geht's hin? Meinst du den Podcast? Genau. Also naja, also im Ernst ist es tatsächlich so Popkultur über Bücher, also beantwortet sehr, sehr viel Fragen und ist tatsächlich ein Megapodcast. Serien, Filme, Musik. Der ist auf jeden Fall jeweils, ist gar nicht so weit weg, vielleicht manchmal von uns, weil die versuchen sich einfach gegenseitig davon zu überzeugen. Also sie sehen was, von dem sie stoked sind und begeistert sind, ob das jetzt ein Bild oder was auch immer ist oder ein Video oder ein Dings und versuchen dann den anderen davon zu überzeugen. Und dadurch wird man als Zuhörer halt auch davon überzeugen, das ist total geil. Also zumindest, die kämpfen sehr für die Sache und es ist geil und natürlich sind die sehr gebildet und wissen, worüber sie reden, sagen wir es mal so. Es ist wirklich sehr, 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 sehr gut und will ich dir ans Herz legen. Ab dem 9. Juli geht es wöchentlich los und ist auch nicht ganz so lang wie unserer, nur 40 Minuten. Deswegen ist es nett zu konsumieren und ist sehr, sehr gut. Auf Audible, der Podcast Jubel und Krawall von Sophie Passmann und Matthias Kalle. Ich möchte noch sagen, warum ich unbedingt möchte, dass sich ihn jeder anhört, denn sie wollen, dass Hörerinnen am Ende schlauer und inspirierter sind und gute Laune haben. Und alles, was positiv ist, spricht mir aus dem Herzen. Deswegen bitte alle sich mal die Mühe machen und sich Audible ziehen und sich den Podcast anhören. So, und ich habe jetzt noch eine andere Sache, weil ich habe eine Zuschrift erhalten. Bitte. Zum Thema bei Baywatch Berlin, weil wir jetzt gerade beim Thema sind, das können wir gleich bei Jakob mal ansprechen. Da hat wohl Klaas absolut identisch die gleiche Geschichte erzählt, wie ich letzte Woche. Also auch er hat Geburtstag oder Silvester vorgefeiert im Zivildienst mit einer zu betreuenden Dame. Das kann doch nicht sein. Also hast du die ganze Geschichte gehört oder hast du es gerade geschickt bekommen? Nein, mir hat jemand das geschrieben und hat gesagt, hä, wie ist es denn, hast du von Klaas geklaut oder hat Klaas von dir geklaut? Und ich glaube, also es kann ja nur sein, dass keiner von niemandem geklaut hat und wir wirklich das gleiche erlebt haben. Soll ich das auch mal schreiben? Das würde mich jetzt auch wundern. Ich schicke mal Klaas eine Sprachnachricht, ob das so stimmt. Oder Klaas hat das bei uns gehört und dachte, da gibt es keine überschneidende Menge. Das hat er davor erzählt. Ah, davor? Das hat er davor erzählt. Hä, ist ja verrückt. Keine Ahnung. Kann man Jakob ja gleich mal fragen, ob er... Also es gibt Geschichten durchaus... Warum ist ein Klaas bei mir als Klaas Halligalli abgespeichert? Hast du mir die Nummer geschickt? Nee, bei mir ist er Klaas nicht. Warum hat er Gerhard Schröder als Profilwirt? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das gar nicht Klaas, sondern Gerhard Schröder. Das wäre geil. Stell dir das mal vor, wenn du dir eine neue Handynummer holst und dann denkst du, ich muss jetzt mal eine neue Handynummer haben als Gerhard Schröder und dann bekommst du die alte Handynummer von Klaas Halligalli für Umlauf. Weißt du, wer mir da zu was erzählt hat? Warte, warte. Ja? Bitte. Was hältst du für gefährlich? Nee, ich denke gerade, wie dumm das ist. Die Sonne ballert, es ist nachmittags. Jakob, komm, jetzt gleich mit einer Flasche Wein hier reingelaufen. Ja, perfekte Idee. Sehr, sehr gute Idee. Warte mal kurz. Ich muss jetzt, Klaas, ich muss mich konzentrieren. Warte mal kurz. Ja, bitte. Entschuldigung. Ich habe aber auch eine Frage schon für dich hier. Mein lieber Klaas, wie geht's, wie steht's? Ich nehme gerade Podcast auf mit deinem guten alten Freund Joko und wir sind quasi live dabei und haben folgende Frage. In der letzten Folge habe ich darüber erzählt, dass ich Silvester in meinem Zivildienst mit Frau Hinkelmann gefeiert habe und die Uhren vorgestellt habe, damit ich selbst Silvester danach feiern kann, als sie eingepennt ist. Daraufhin hat mir ein Zuhörer geschrieben, oh krass, das Gleiche ist Klaas passiert. Erstens hast du es, glaube ich, zwei Wochen davor gehört. Mich wundert es ein bisschen, weil ich höre jede Folge dieses sensationellen Podcast Baywatch Berlin, für mich die Unterhaltungspodcast-Sendung Nummer eins. Ich bin ein bekennender Fan und ob ihr auch im Stangelwirt aufnehmt, fragt Joko, der kriegt sein Zimmer umsonst, wenn er auf dem Stangel wird. Krieg ich nicht! Und auf jeden Fall kannst du mir vielleicht eine Sprachnachricht zurückschicken, ob das wirklich so passiert ist und wie krass der Zufall ist. Ich kann dir bei dem, mein Vater ist gestorben, als ich 20 war, wenn ich wirklich was schwören will, dann sage ich immer, ich schwöre dir beim Tod meines Vaters, mir ist das genau so passiert. Wenn es uns beiden passiert ist, dann ist es ja ein Zufall, wie aus einer Galaxie. Das ist doch toll, oder nicht? Vielleicht schickst du eine Sprachnachricht zurück, vielleicht auch mit deiner Einverständnis, dass wir die dann hier abspielen. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer und ich hoffe, dir geht es gut und alles ist in Ordnung. Beste Grüße, dein Freund Paul. Schauen wir mal, ob der antwortet. Das wäre aber lieb. Ja. Es wäre sehr lustig, wenn wir die Sprachnachricht gleich abspielen und ganz am Ende sagt er, ich möchte übrigens nicht, dass er sie abspielt. Dann wäre wenigstens alles. Also, du bist am Stangel wird, du machst Sommerurlaub oder wie oder was? Nee, das ist so. Hast du nichts zu tun? Musst du nicht arbeiten? Musst du nicht drehen? Musst du nicht Startups gründen? Musst du nicht Fahrräder verkaufen? Alles, 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 alles. Aber ich hatte, Jakob ist hier gewesen und hatte dann gefragt, ob ich Lust habe rumzukommen, weil er die Tage Geburtstag hat. Und da ich in München wohne und das kein Weg ist für mich, habe ich dann gesagt, oh, da komme ich gerne rum und dann feiern wir in deinen Geburtstag rein. Das ist doch eine schöne Idee. Deswegen bin ich jetzt hier. Okay. Ja, und Micky kommt auch, weil Micky und Jakob auch eng befreundet sind. Genau. Und Jakob, glaube ich, sich auch darüber freut, einfach Gesellschaft zu haben. Und wir dann, wir haben tatsächlich das Verrückteste aller verrückten Geschichten. Du kennst ja auch Johannes hier, den anderen, den Bruder von Maria, den Junior. Die haben da wirklich, also unmittelbar, wenn man da jetzt, wo ich hinzeige, wenn man den Baum da abschneiden würde, würde man da oben im Hang, da haben wir damals eine Geschichte für die JWD auch gemacht, würde man so eine Alm sehen, die eigentlich winzig klein ist. Nur wenn man weiß, also die Alm ist nicht winzig klein, von hier unten sieht sie nur winzig klein aus. Da kann man hinwandern. Das sind so zweieinhalb Stunden von hier unten oder vielleicht auch drei. Und wir planen, da oben zu übernachten auf der Alm. Da sind wirklich Kühe und da wird gecast und da wird jeden Tag gemolken und alles. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir da hoch, machen die Arbeit da oben mit. Und abends gibt es dann zünftig ein Feuer. Dann machen wir uns da Brot auf dem Stock und machen so kleine Abenteuer-Grill-Session und trinken Schnaps und andere Getränke wahrscheinlich und feiern da oben in den Bergen bei Feuer in Jakobs Geburtstag rein. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön werden würde. Ich weiß gar nicht, ob Jakob das möchte, dass ich das erzähle, weil das ja auch was Privates ist. Aber jetzt ist es zu spät. Das Kind ist schon lange in den Brunnen gefallen, was hier privat und nicht privat ist. Spätestens bei Zimmer 118, auf das man schreiben kann. Aber, Stichwort Q&A, wir verlassen uns hier den Pfad der letzten Folge und einer guten alten Tradition. Ich habe meinen Code auf dem Telefon geändert. Ich habe eine Frage für dich. Wann gehst du endlich surfen in München? Ey, wenn das Knie safe ist, mache ich das sofort. Ich bin wirklich auf dem allerbesten Weg, weil ich bin ja gestern schon mit Jakob eine kleine Runde gewandert. Wieso geht das jetzt hier nicht? Und ich fühle mich einfach, ich hatte jetzt keinen Bock nur für eine lustige Geschichte, mich auf ein Surfbrett zu stellen irgendwo in München und dann mir irgendwie den Stress meines Lebens zu machen, das danach in Ordnung zu bringen, weil ich glaube eh schon, dass das schwer genug ist, sich darauf zu stellen. Und ich würde ungerne am Eisbach, ich habe ja hier Alex, den Kollegen da vom Haus im Tal, wo ich sonst immer sitze, der mit mir in den Eisbach gehen würde, da auf die eine Welle. Aber ich habe mir da mal so ein bisschen was zusammengetragen oder als vielmehr zusammentragen lassen. Hier von Fritzi war so nett und hat es mir geschickt. Ich glaube, man sollte da nicht mitspielen, weil da eine ganz große Community von Surfern sehr, sehr böse ist, wenn man da Scheiße baut, weil das ist tatsächlich so ein bisschen auf, die Stadt hat es erlaubt, aber nur solange das da weiterhin so sicher ist, wie es ist und denen dann allen, also die Geschichte wäre blöd, wenn Joko Winterscheidt sich da auf der Eisbachwelle so hart hinhaut, dass ihm vielleicht was passiert und ich neige ja dazu, mich immer schnell zu verletzen und das dann vielleicht ernster ist, als man sich das jetzt vorstellen mag. Und dann versaue ich all den Menschen, die da surfen dürfen, den Spaß am Surfen an der Eisbachwelle, am Englischen Garten und vor allen Dingen eine touristische Attraktion würde ich damit ja auch zerstören. Es gibt aber wohl, das habe ich die Tage im Radio gehört in München, eine zweite Welle, die jetzt gerade aufgemacht wird in München, wo immer nur stundenweise bisher gesurft werden konnte, wo sie aber den Zufluss steuern können irgendwie und, warte mal ganz kurz, da hat es geklopft, das könnte der Herr Lund sein, den Zufluss steuern können und dadurch dann wiederum es möglich machen, dass man da auch surfen kann. Und vielleicht ist die leichter, dann würde ich eher da hängen. Ja, ja, ich wollte nur die Geschichte kurz zu erzählen. Okay, gut. Hast du eine Frage für mich, die ich beantworte? Die Frage war, ob ich Bock hätte, in die USA zu ziehen oder ob du Bock hast, vielleicht auch wieder zurückzuziehen. Okay, dann erzähle ich mal kurz. Also grundlegend weiß ich nicht, wann und wie. Ich bin nicht so der Mensch, der so großartig vermisst oder großartig langfristig plant, sondern versuche, mich zu kontrollieren, für die nächsten zwölf Monate zu leben. Ich habe die nächsten zwölf Monate fest vor, hier in Amerika, in Newport Beach zu bleiben. Ich bin hier sehr glücklich und meine Familie ist hier sehr glücklich und in den nächsten zwölf Monaten werde ich nicht umziehen. Was danach passiert, keine Ahnung. Grundlegend finde ich Deutschland schön, grundlegend finde ich aber auch Hawaii schön und finde Neuseeland schön und finde den Mond vielleicht irgendwann schön und den Mars. Aber ich glaube, wenn ich jetzt heute zurückziehen müsste, würde ich nach Heidelberg, glaube ich, ziehen, weil ich Heidelberg gerade ganz cool finde und wieder so die Firma aufmachen gerade und das alles lustig ist. So, ist der Lunti da? Ja, ist er. Jakob Lund, Jakob Lund, wie geht's, wie steht's, wie geht's, wie geht's, wie geht's? Es steht gut, mir ist zu viel Sonne auf die Stirn geschienen, deswegen habe ich jetzt schon so leicht, fühle mich wie angetrunken, aber es ist nur von der Sonne. Ja, du leidst ein ganz klein bisschen, muss ich sagen. Guck mal, eine rote Stirn. Oh ja. Eine rote Stirn habe ich. Guck mal, wie rot ich bin im Mal aufträgst. Du bist da nicht sehr achtsam, finde ich. Was laberst du? Muss ich sagen. Ist mir aufgefallen jetzt. Was für ein Quatsch. Haben wir auch besprochen, dass du da nicht so aufpasst. Joko hat eine noch rötere Ommel, das sieht man nur nicht in der Kamera. Die fillert es raus. Ich liebe deine, Jakob, ich wäre so gern jetzt. Hörst du mich, Jakob? Ich gebe ihm die Kopfhörer. Jakob, Jakob. Das ist auch schön. Ich möchte das ganz kurz noch zu Ende führen. Jakob hat eine Flasche Wein mitgebracht hier und sagt, ich wollte sie gerade vorbereiten und ich habe zu Jakob gesagt, Jakob, setz dich doch bitte hin, dann kannst du schon mal mit Paul quatschen. Er so, wie? Ihr seid jetzt mittendrin? Das ist doch total unhöflich. Lass mich doch die Flasche Wein machen. Und dann komme ich gleich dazu. Und dann drängst du dich hier einfach ins Bild. Ich wollte mich nicht reindrängen. Hallo, Paul. Ich möchte mich jetzt mit Jakob kurz unterhalten und Joko soll den Kellner stehen. Nein, das ist doch peinlich, Paul, dass ich jetzt hier Joko aus seinem eigenen Podcast hier rausdränge, damit er praktisch Wein eingießt. Das steht nicht im Verhältnis, weißt du? Doch, doch, das ist aber okay. Joko, äh, Klaas, äh, nee, wer bist du? Jakob. Ich bin Jakob. Hallo, grüß dich. Wofür ich dich liebe, ich wäre jetzt sehr, sehr gern bei euch, muss ich sagen, weil schon die Formulierung mit dem Auftragen der Sonnenlotion, das ist so geil einfach. Die Wörter, die du teilweise benutzt, das möchte ich dir jetzt nochmal persönlich sagen, die sind so geil. Und das ist ein Grund, warum ich den Podcast Baywatch Berlin, ein toller Podcast, den ich wirklich jede Woche höre, so abfeiere, sind deine Formulierungen. Diese kleinen Finessen, die du sagst, also diese kleinen geilen Begriffe, die du benutzt, die bringen mich wirklich sehr oft zum Himmel und Sinn. Da ist es eigentlich jetzt kontraproduktiv, dass wir jetzt Wein trinken, weil diese feinen Formulierungen, die verschwinden eigentlich nach dem ersten Schluck. Und dann zieht man Jörg ein. Wie alt wirst du denn eigentlich? Stimmt, ich habe Geburtstag diese Woche. Ja, ich werde 34. Jakob, ich habe erzählt. Ja, so, da ist der Wein. Ich habe erzählt, dass wir in den Bergen übernachten. Ich hoffe, das war okay. Ja, jetzt ist ja raus, ne? Ja, Paul? Jakob, du sprichst viel zu nah am Mikro. Oh, wir müssen bei Baywatch sprechen immer ganz nah. Das ist so fast ASMR, oder wie das heißt. Aber die Leute, das so hören. Das ist dann, das ist richtig, Alter. Man ist ganz nah. Das ist richtig schön. Aber auch die Mikros können das nicht. Ah, die können es nicht. Okay. Das verstehe ich. So, ich trage jetzt bei Joko Motion auf. Erstmal an der Stirn, auf der Sand, damit er sich erholen kann. Ich höre auf damit. Was hast du denn sonst noch vor, die Woche? Die Folge ist jetzt schon besser als alle Folgen, die wir uns gemacht haben, weil du drei Minuten drin bist. Also, wir werden Käse machen. Hat Joko das schon erzählt? Ja, auf der Hand. Also, echten Käse, sonst, das klingt irgendwie ein bisschen immer weird, ne? So, ne? Das ist mir auch schon auch leid. Ich habe verschiedenen Leuten erzählt, dass wir Käse machen, dann musst du immer wieder zusammen. Hast du das auch schon Leuten erzählt? Prost. Ja, aber privat. Aber wir können das auch alles piepsen, wenn du willst. Wir sind nur fünf Minuten oder so. Aber dann heißt es im Podcast, wir machen Piep. Ja. Und wir freuen uns da drauf, Piep zu machen. Also, wir haben heute, wir haben heute ja eine Q&A-Folge auch mit Fragen. Und Basti zum Beispiel schreibt, was haltet ihr von einer Spezialfolge AWFNRX Baywatch Berlin? Ich finde, wir sind so nah dran, wie es nur sein kann, oder? Das stimmt, ja, definitiv. Aber wollen wir mal einen Partnertausch machen? Wie geht das? Könntet ihr euch vorstellen, dass Joko ist ja der Star bei uns und der wäre dann bei euch der Star. Und ich muss halt mit Klaas oder darf oder soll mal mit Klaas dann telefonieren. Und so ein bisschen auch mal, auch mal so, ich glaube, Klaas kann einem ja schon auch erzählen, aus der gemeinsamen Zeit mit Joko. Vielleicht haben wir ja ein, zwei Hürden, die auch ich genommen habe, die Klaas auch genommen hat in der Vergangenheit. Und da gibt es ja dann vielleicht einen gemeinsamen, dass man mal so über die... Über die Laster von Joko. Über 99, genau so ist es. Lästern, eine Läster-Folge über Joko. Seine Cons, seine Cons. Aber da gibt es ja gar keine, das ist natürlich ein Problem. Ja, ja, das wird eine kurze Folge. Ja, da können wir keine Werbung drin platzieren. Weil da ist ja gar kein Inhalt dann. Ja, ich schwitze jetzt hier wirklich gerade in Jokos Aufnahme-Equipment. Ich muss erst mal den warmen Bademantel ausziehen. Wie geht es dir denn sonst? Sag mal, alles im Griff, alles organisiert. Macht ihr eine Sommerpause bei Baywatch Berlin oder macht ihr einfach weiter? Nee, wir machen keine Sommerpause, liebe Hörer. Falls ihr das jetzt hört, wir senden durch Baywatch Berlin Summer Breeze. Wir bringen euch durch den Sommer. Wenn alle arrivierten Podcast-Profis Luxusurlaub machen, sind wir für euch da. Ja, okay. Und Joko schüttet den Kopf. Das ist ein Eigentor. Das ist wirklich unverschämt gewesen. Das ist ein richtiges Eigentor gewesen, dich hier einzuladen. Das ist schon okay. Hab der Micky noch? Möchte der noch was zu Apokalypse Filterkaffee und zu MML sagen? Habe ich auch erzählt, dass der Micky kommt. Sind wir privat hier? Ich wusste es nicht. Sind wir privat hier? Ich dachte, wir sind privat hier. Ist ja nicht schlimm. Jetzt ist er raus. Gibt es blaue Haken-Updates zu Thomas Schmidt? Ja, es hat sich, ich will fast sagen, was Ungeheuerliches getan. In der letzten Folge haben wir berichtet, dass Wunderweib.de über Schmitti den ersten Artikel geschrieben hat, der ja Voraussetzung dafür ist, diese überregionale Berichterstattung um diesen Haken zu bekommen. Und jetzt hat eine echte Zeitung Schmitti zum Interview angefragt. Und was es damit auf sich hat, gibt es da in der ganz neuen Folge von Baywatch Spendien. Immer Donnerstag Nacht auf Freitag. Ist ja so. Freitag 0 Uhr. Von was? Ja. Ich höre es von was Freitags. Wir können uns ja nicht die Themen wegnehmen, weil wir haben ja auch nicht so viele. Und wenn ich das jetzt schon alles erzähle, dann stehe ich blank da. Wie nehmst du das denn technisch auf, wenn du, du bist ja gar nicht in Berlin. Und auch hier. Ja, ich nehm auch morgen hier auf. Oder finde ich, da könnt ihr schon mal Joko auch dazu nehmen. Ja, das machen wir auch. Als Beginn schon mal. Das machen wir auch. Ja. Wir wollten eine Q&A-Folge machen. Ja, dann macht ihr mal weiter, Polz. Ich würde normalerweise auch gerne noch privat fragen, wie es dir geht. Aber das sprengt ja jetzt den Rahmen. Ja, das kannst du gerne. Doch, komm. Wie geht's denn dir, Mensch? Du kommst ja gar nicht mehr aus den USA weg. Da haben wir uns nämlich gestern drüber unterhalten, ob dir das gut tut oder nicht. Und was war das Konklusio? Wussten wir nicht. Deswegen frage ich dich jetzt. Also ist es schön, dass du da jetzt festhängst oder vermisst du Deutschland? Ich bin grundlegend kein vermissener Mensch. Also ich bin hochglücklich gerade und ist total geil. Und was total jetzt anfängt, sind Freundschaften hier. Also es ist ja schon so, wenn du immer wieder wegreist, dann wird es schwierig, neue Freundschaften zu finden. Und das war immer so ein Punkt, der nicht so super glatt lief, dass ich irgendwie wirklich Kumpels gefunden habe. Und jetzt bin ich halt seit neun Monaten hier und ich habe bestimmt sechs, sieben Kumpels, die ich fast täglich sehe. Und das ist total positiv da dran. Und sind das so echte Freundschaften oder so amerikanische? Weil da sagt man doch immer, so amerikanische Freundschaften, die wären so oberflächlich. Ja, also ne, die sind schon echt. Das sind schon lustige, gute Freundschaften. Mit denen machen wir Sport zusammen auch und gehen Rennrad fahren. Ich fahre die ganze Zeit Rennrad. Ich habe jetzt eine Sauna bei mir. Boah, mega. Das ist das absolute Highlight. Das ist sehr, sehr schön. Und sonst, also ich habe halt quasi versucht, das, was ich hier so haben will, optimaler zu bauen, um es mal so zu sagen. Und jetzt ist es sehr, sehr schön. Jetzt kann ich hier einen schönen Sommerurlaub verbringen. Und also, Newport Beach ist jetzt schon ein ganz okayer Ort, um da rumzuhängen. Du warst ja leider immer noch nicht da. Nee, das kommt noch. Mehrfach eingeladen. Was ist denn dein Top-Sauna-Aufgusstipp? Also die grundlegende Frage ist, und das habe ich mit einer der Formel-1-Fahrer, mit denen ich gearbeitet habe, Walteri, der ist Finne. Und den habe ich als allererstes gefragt. Weil ich bin aufgewachsen mit zwölf Minuten dry, also trockene Sauna und dann ein Aufguss am Ende um einem quasi so ein Schwall Hitze ins Gesicht und dann raus. Der Finne, mit dem war ich in der Sauna und der macht aber immer so eine halbe Kelle alle 45 Sekunden. Und das habe ich mir auch angewöhnt, dass man quasi kleine Mengen stetig auf diese Steine schüttet und das dann so zwölf Minuten. Und das mit so einem Eukalyptus, einem kleinen Eukalyptus-Extrakt, das ist ganz schön. Ist einer meiner Lieblingsgerüche, Eukalyptus. Ja, und dann habe ich so ein Fächer, wo ich dann immer so den Leuten Luft ins Gesicht fächer. Und ehrlicherweise ist es so, dass wir haben rausgefunden, es war ein Arzt anwesend. Ich war nicht so ganz sicher, wie Corona-sicher so eine Sauna ist. Weil man schwitzt ja schon, man ist sehr nah aneinander. Und es sind dann teilweise so sechs Männer da in dieser Sauna. Und ich dachte, jetzt wird es aber sketchy. Aber die Antwort ist, Coronaviren können nicht überleben über 50 Grad oder sowas, zumindest laut dem Arzt. Und deshalb ist die Sauna ein sehr, sehr sicherer Ort. Also man kann sich nicht anstecken in einer Sauna, in einer trockenen Sauna, die über 50 Grad heiß ist. Und das ist sie bei mir, sie ist 90 Grad, deswegen ist alles gut. Also ich glaube, was du mal checken musst, auch für die Hörer, ja definitiv, ich glaube viele, weil wir uns auch schon gefragt haben, ob man hier in die Sauna gehen kann oder nicht. Und bisher haben wir es nicht gemacht. Was du auch mal checken kannst, was es hier gibt, ist ein Weißbieraufguss. Da trinkt man wohl ein Weißbier. Schütteln wir ein Bier da drauf? Und dann schüttet man noch irgendwie ein Bier da drauf. Nee, beides. Und dann atmet man das und trinkt das. Da habe ich natürlich sehr viel gemacht. Und ich dachte als 18-Jähriger immer, dass man dann den Alkohol durch den Dampf, also dass man besoffen wird. Und natürlich verbrennt der Alkohol und es riecht einfach nur verbrannt und ätzend und scheiße. Also habe ich mehrfach gemacht. Ist nicht gutes Trinken, tun wir die ganze Zeit. Also wir nehmen immer ein Bier mit rein in die Sauna. Man muss ja stay hydrated und so, weißt du? Also ich weiß nicht, ob da Bier das richtige Getränk ist, aber du weißt es besser. Ja, klar. Ja? Okay, ich übergebe jetzt mal an Joko hier. Genau. Das freut mich, Paul. Ich freue mich dann, wenn wir vielleicht mal einen Partnertausch machen. Du kannst es ja mal in der Redaktionskonferenz bei euch. Mal anbringen, dass das durchaus eine Art Anfrage, ob man mal einen Partnertausch machen könnte. Ich bring's auf, ja? Dass ich mal mit Klaas telefoniere und Joko mal bei euch da an dem Tisch sitzt in Berlin. Ich bring's auf. Alles Liebe, alles Gute. Musch, Musch. Tschüss. Joko, welche Brotsorte wärst du, wenn du ein Brot wärst? Warte, 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 warte. Was sagst du? Welche Brotsorte wärst du, wenn du ein Brot wirst? Wenn ihr ein Brot fragt, wenn du ein Brot wärst, welche Brotsorte wärst du? Aber es gab bei uns früher so ein Müsli-Mixbrot. Da war quasi wie so Pflaume mit drin und so ein bisschen getrockneter Pfirsich. Dankeschön, Jakob. Jakob, du kannst dich ernsthaft gerne rauslegen, wenn du willst. Oder aber einfach, wenn du wieder an den Pool möchtest, an den Pool. Oder du kannst eine Wanne einlassen und dann komm ich gleich dazu. Dann legst du hier hin. Sehr gut. Aber das wäre ich, glaube ich, gerne. Weil das habe ich immer geliebt. Weil wenn du das so leicht getoastet hast, dann hatte das so eine Crunchiness. Und durch diese Crunchiness und dann diese Früchte noch da drin, dann waren die so leicht warm. Das war Pflaume, glaube ich, sogar. Da war Pflaume drin. Habe ich eben schon gesagt, dass da Pflaume drin war? Ich weiß ja nicht, aber die Frage war, glaube ich, nicht, welches Brot du gerne isst. Sondern die Frage ist, was für ein Brot du wärst. Das wäre ich dann gerne, weil das ist so mein absolutes Lieblingsbrot. Und das ist so speziell, das ist nicht so 0815. Also wenn man das jetzt so als Bild verwenden wollen würde, das ist jetzt nicht so ein Graubrot oder so. Sondern da hat jemand sich Gedanken gemacht. Das ist sehr speziell im Geschmack, was ja dann wiederum auch auf mich zutreffen könnte. Mag nicht jeder, aber dennoch ist es irgendwie, wenn man sich dann mal daran gewöhnt hat, unersetzlich. Klaas hat geantwortet. Ich mache mal auf Play, mal sehen, ob wir es spielen dürfen. Paul, na, ich bin hier gerade, ich muss hier gerade was machen. Deswegen kann ich das so jetzt kurz beantworten. Ich freue mich aber natürlich, dass unsere Geschichten nicht unbedingt ganz deckungsgleich sind. Wir haben es nicht genauso gemacht. Aber mir ist im Zivildienst auch schon meine Oma weggepennt, weil ich das Ave Maria vom Papst gesungen angemacht habe. Das hat sehr lange gedauert. Und da ist sie mir so weggepennt und ich hatte die vergessen zwischendurch mal. Da sind wir aber als Zivildienstleisten wahrscheinlich nicht ganz allein, dass uns da mal so ältere Herrschaften mal unter den Händen wegschlafen. Das passiert ja schon mal. Solange sie wieder aufwachen, haben wir das als Erfolg gefeiert bei uns. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte. Insofern sind wir schon, also ich würde sagen, enger als jetzt du und Joko beispielsweise. Also das rutscht uns schon so ein Stück weit zusammen. Und ja, ich finde, das muss man dann zur Kenntnis nehmen und auch einarbeiten so ins weitere Leben. Also Klaas und Paul ist, finde ich, ein gutes Team. Und jetzt natürlich untrennbar verbunden durch diese Nähe der Geschichten. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei AWFNR. Ich bin auch treuer Hörer, großer Fan und schicke euch ein Küsschen rüber. So, ein kleines, schönes Grüßchen zum Start. Tschüss. Ein schönes Grüßchen. Ein schönes Grüßchen. Er sagt, Klaas und Paul wäre auch ein toller Name. Ja, klar. Aber du hast ja gehört gerade. Aber ich habe es gehört, ja. Aber das hat wahrscheinlich eher damit zu tun, weil er dann an erster Stelle stehen würde. Ja, genau. Weil er hat ja nicht gesagt, Paul und Klaas wäre toll, sondern Klaas und Paul wäre toll. Das fand ich recht. Muss man aber fairerweise sagen, war nie ein Thema zwischen uns, wer da vorne steht und wer nicht. Und man muss tatsächlich an der Stelle mal Björn Props zollen, weil tatsächlich ist das auch eine gute Geschichte. Bei den jungen Helden bei einer Organisation, die sowohl Klaas als auch ich bis heute unterstützen, wo es um Organspende geht und die Aufklärung darüber, dass man ja nur einen Ausweis braucht, wo man die Meinung drauf quasi manifestieren kann. Indem man sagt, ich möchte nicht spenden, ist ja auch vollkommen okay. Da war damals eine Einladung im Umlauf, im wahrsten Sinne des Wortes, wo der Björn, der damals die Grafiken dafür gemacht hat, Klaas und mich einfach, weil kein Platz mehr war, als Joko und Klaas auf diese Einladung geschrieben hat. Also da war irgendwie Jürgen Vogel, Til Schweiger, Daniel Bühl, I don't know, everybody mit Vor- und Nahname und bei Klaas, Häufer, Umlauf. Alexandra, Maria, Lara. Ja, genau, und Joachim oder Joko Winterscheid, das war einfach platzmäßig nicht mehr drin, dann hat er einfach hingeschrieben Joko und Klaas und seitdem sind wir Joko und Klaas. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum ich an erster Stelle stehe. Sehr gut, das ist schön, das interessiert mich sehr, das ist ja geil. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das hat sich eine Werbeagentur mit einem Budget von vier Millionen Euro ausgedacht und ist dann nach langem Screening dazugekommen, dass Joko und Klaas, ist ja ein geiler Name, Joko und Klaas ist genial. Ja, wie Niklas und David ist das auch sehr gut. Ich habe hier eine Frage von Emilia-Clark-Officials, ob man wirklich so viele Stars in L.A. trifft. Ja, die Antwort ist ja. Man muss halt zu den Hotspots gehen. Das ist jetzt ein bisschen, also was wäre ein Hotspot, also wo kann man Leute treffen, wenn man das jetzt so pauschal sagen könnte? Nobu Malibu, da kann man einfach auch auf einem Parkplatz rumhängen oder vorne dran, da kommen immer Stars. Dann ist auf jeden Fall in Calabasas die Haupt-, die ganzen Kardashians und so weiter, die wohnen ja alle in Calabasas und Drake und Jay-Z und Beyoncé und so weiter in Beverly Hills. Also es gibt in Calabasas ein Radladen und Café, es ist quasi ein Restaurant mit einem Rennradladen und dort ist auch ein absoluter Hotspot für Sachen. Grundlegend, wenn man Paparazzis sieht, sollte man denen einfach folgen und dann hat man mal einen Star. Ja, genau. Und gestern zum Beispiel, ich habe gestern eine Date Night gemacht, ich war irgendwann mit meiner Frau und habe gesagt, scheiß auf, weil ich gesehen habe, dass das Nobu wieder offen hat, hier in Newport Beach. Und dann sind wir zu zweit auf das elektrische Motorrad und sind zum Nobu gefahren, fühlten uns schon sehr freiheitsmäßig und haben dort, das war wieder unfassbar geil, wirst du ja auch gerade erleben, wie das ist, wenn man mal wieder Essen in einem Restaurant frisch auf den Tisch bekommt, dazu einen kalten Weißwein. Das ist ja schon was, was man verpasst hat oder vermisst, ich habe es vermisst und habe das erst gemerkt, als ich es wieder gegessen habe, wie cool es ist und habe mich sehr gefreut. Es war ein geiler Abend und da waren auch zwei, drei Stars. Die eine von Rob Dürdeck von der Fantasy Factory war da, dann war irgendein Basketball-Dude da. Stars und Sternchen in L.A. Ich habe noch eine Frage, weil ich schwitze hier gerade durch. Von, warte, wo war sie? Von Marie2609. Heidelberger Schloss oder Alte Brücke? Beides. Also Heidelberger Schloss ist, aber wahrscheinlich ist es ja im Moment, Pakeo ist der Weinprinz mit dem größten Fass der Welt, das größte Weinfass der Welt und das sollte man sich mal angeschaut haben. Am besten über die Alte Brücke. Die Alte Brücke, genau. Also, nee, Pakeo ist ein Prinz, das ist im Schloss. Hast du gefragt? Ja, genau. Entschuldigung, habe ich nicht verstanden. Also der Weg in Heidelberg, der gut ist, ist den Philosophenweg auf der Neuenheimer Seite hochlaufen, den Schlangenweg dann runter. Dann hat man davon schon so ein paar Blicke auf Heidelberg und den Neckar und das Neckartal und diese malerische Stadt. Und dort hat auch Goethe verschiedene Gedichte geschrieben, weil er sich so inspiriert gefühlt hat von dieser wunderschönen Stadt. Und dann den Schlangenweg runter, dann endet man an der Alten Brücke über die Alte Brücke rüber, am Brüggeraff vorbei. Kennst du den? Ja, weißt du noch, gell? Brüggeraff? Ja, der Awe. Der Brüggeraff, der war ganz glänzend. Der Brüggeraff. Ah, was? Äh, der Kupfer. Aber Corona-Zeiten hängt die Schlieb. Ist der Kupfer-Messing? Ich dachte, das wäre Messing gewesen. Ja, kann auch Messing sein. Aber jetzt, ich glaube, der Brüggeraff ist geschlossen wegen Corona. Das kann sein wahrscheinlich nicht. Hat er eine Kisterl drüber? Corona hat uns der Brüggeraff weggenommen. Du disst mich gar nicht, weil ich schlechtes Badisch spreche. Das bin ich gar nicht gewohnt von dir. Das ist okay. Ist das Badisch überhaupt nicht? Äh, Kurpfälzisch. Badisch ist eher so gut. Badisch ist Karlsruhe. Ist Karlsruhe. So ein bisschen, ja. Und dann geht man über den Platz da. Wie heißt denn der Platz? Keine Ahnung. Rathausplatz? Nee, aber das ist an der Halligalli-Kirche vorbei, am Hotel Ritter. An der Halligalli-Kirche? Ja, an der Halligalli-Kirche. Das wäre geil, wenn die eine Religion wären. Joko und Klaas sind die Priester. Ey, mega Gedanke, Jakob. Und dann habt ihr so eine Kirche, wo immer. Heilige Geistkirche heißt sie wahrscheinlich in Wahrheit, ne? Ich habe es falsch verstanden. Und ich habe Halligalli-Kirche. So, jetzt habe ich hier nochmal eine Halligalli-Kirche verstanden. Entschuldigung, ich muss das Jakob kurz erzählen. Der pflänzt da hinten rum. Aber sonst, lasst doch Jakob die Folge anhören danach einfach. Ja, soll Jakob sich die Folge anhören. Ja, genau. Ich habe hier eine Frage aus dem Halligalli-Ultralager. Es gibt ja diese Gruppe von sehr intensiven Twitter-Menschen. Und ich glaube, aus dem kommt es. Loving Gurki and Klausies ist der Account. Ist es okay, wenn man euch für ein Foto anspricht? Für dich jetzt, Joko. Wie ist das aktuell? Machst du Fotos? Wie gehst du damit um in Zeiten von Corona? Ja, ich weise tatsächlich immer freundlich darauf hin, dass wir aber trotzdem einen Abstand halten müssen, weil dann ganz schnell immer so dieser Move kommt von, dass man sich in den Arm nimmt. Also, nee, das wäre jetzt der falsche Zeitpunkt. Lass uns bitte auch den Abstand hier wahren. Ich stelle mich dann meistens immer so hinter die Menschen, dass man dann so dahinter steht. Aber ich bin zum Beispiel jetzt ja gerade in Österreich. Hier sind die Corona-Regeln halt einfach komplett anders, was verrückt ist, weil hier schon wesentlich mehr Lockerungen stattgefunden haben als bei uns in Deutschland. Und wir waren gestern wandern und da waren wir auch auf einer Hütte. Und dann kamen auch Menschen und wollten ein Foto machen. Und das war dann so ganz, ganz befremdlich. Da habe ich gesagt, wollen wir ein bisschen Abstand halten? Und dann waren sie immer so, nee, wieso denn? Also, bei denen ist das schon irgendwie so ein paar Wochen wohl alles etwas lockerer und dadurch war denen das gar nicht klar zu machen, dass das vielleicht doch notwendig wäre. Was sich aber total komisch für einen selber angefühlt hat. So, dann haben wir Fotos gemacht und die waren jetzt auch nicht auf 1,50 Meter, sondern eher so auf einen Meter oder 80 Zentimeter. Aber trotzdem, wenn man da so über Wochen hinkonditioniert wurde, dass man einfach einen gesunden Abstand halten sollte, im wahrsten Sinne des Wortes, einen gesunden Abstand, ist es ein ganz weirdes Gefühl, wenn Menschen, die dann auf einmal so nah kommen und du irgendwie nicht das Gefühl hast, dass da, du kannst ja nicht sagen, Entschuldigung, kannst du mir mal ganz kurz deinen Test zeigen, dann mache ich auch ein nahes Foto mit dir. Aber das, trotzdem mache ich natürlich Fotos und es gibt Momente, wo ich sie auch sehr gerne und entspannt mache. Ich glaube, es gibt Momente, wo man erkennt, wenn ich zum Beispiel beim Essen sitze, dass ich da privat gerade vielleicht einfach einen Moment habe, den ich auch einfach mit meinem Essen genießen möchte. Wenn man dann kommt, kann es sein, dass ich vielleicht dann kurz sage, ey, wenn ihr noch einen Moment da seid, ich komme gleich gerne zu euch, aber ich würde jetzt gerne kurz hier aufessen. Das finde ich dann immer so ein bisschen, da würde ich mir bessere Manieren wünschen, aber tendenziell natürlich mache ich Fotos. Machst du Fotos? Mich erkennt ja niemand. Also erst recht nicht in Amerika. Also die Antwort ist nein. Deswegen bist du da hingezogen. Also ich werde gar nicht gefragt. Wegen meiner Privatsphäre werde ich in Deutschland gar nicht mehr laufen. Also ich kann mich ja nicht mehr auf der Straße blicken lassen. Also mich fragt, keine Ahnung, wenn ich in Deutschland bin, einmal am Tag jemand vielleicht. Also das ist einfach nicht existent. Jetzt habe ich noch eine Frage von Illa Jamies. Joko, wie kann man eine so wahnsinnig aufgeschlossene und sympathische wie auch schöne Person werden? Ich glaube, er meint mich. Ja. Jakob. Was ist los, warum? Jakob kommt gerade zu mir, schenkt mir Wein nach und macht aber so ein Handzeichen, so als wenn das keiner merken soll. Jakob, das ist wirklich, wir müssen aufhören zu trinken, ernsthaft. Ja. Ich glaube, Jakob hat auch schon einen sitzen, der hat ja ein bisschen gelallt. Hast du das Glasrand voll? Warum machst du da so viel in dein Glas rein? Den habe ich bezahlt, dann gib mir doch wieder egal. Du hast den bezahlt? Okay, Entschuldigung, habe ich nichts gesagt. Wer war als Kind, Teenager, euer Vorbild? Und hast du sie mal getroffen, ihn, sie? Ähm, nee, getroffen nicht, so ein richtig, ich fand David Hasselhoff sehr cool. David Hasselhoff war so mein Hero, aber jetzt gar nicht, weil er die Mauer zu Fall gebracht hat. Hast du dich dann gefreut, als ich das Video gemacht habe, dass nicht das geklappt hat? Ja, mega gut. Über Cameo hast du es gemacht, ne? Genau, aber er hat nicht richtig verstanden, was ich von ihm wollte, glaube ich. Nee, aber alleine wie verrückt. Also das muss ich ehrlich sagen, ich habe schon, wer weiß, wie viele Anfragen bekommen von Unternehmen, die gesagt haben, ey, wir wollen diese persönlichen Nachrichten machen und so, da habe ich mir gesagt, das ist doch totaler Quatsch. Drei Wochen später kriege ich eine Nachricht von dir, von David Hasselhoff geschickt, wo ich mir denke, wie absurd. Ja. Es geht, es geht, es funktioniert, aber dass er es macht, also wie viel Zeit, ich denke mir dann immer so, das macht doch gar keinen Sinn, wie viel Zeit man sich nehmen muss. Wobei ich auch, ich habe jetzt Chevy Chase hier, ich weiß nicht, ob du noch Chevy Chase noch kennst, hier den National Lampoon's Day, den besten Weihnachtsfilm aller Zeiten und auch ein wahnsinniger Komiker aus den 70er und 80ern, der hat, der Chevy Chase hat, ich habe seinen Instagram-Account gefunden und da kannst du dir auch Videos wünschen. Der connectet dann auch immer oder markiert immer auch so ein, ich glaube, das ist nicht Kami, aber es ist ein anderer Dienst, den er da quasi markiert, dass er sagt, du kannst hier für so und so viele Dollar eine persönliche Nachricht von mir bekommen. Das finde ich irgendwie faszinierend, aber ich würde es einfach nicht machen, ehrlich gesagt. Damit ich mir weiter so lustige Nachrichten leisten kann, müssen wir ganz kurz in die Werbung gehen und dann erzähle ich dir was anderes kurz. Bitte. Mein lieber Joko. Jetzt wollte ich gerade fragen, ich wollte gerade fragen, okay, mach, komm, ist egal. Ich zieh durch. Joko, ich habe eine Frage an dich, Kombi-Vertrag von O2, wie kann ich mir das vorstellen, was ist das, worum geht es da, warum, was kombiniere ich da, ich bin ein bisschen, ich habe den Überblick verloren, ich habe 10.000 Rechnungen bei mir, ich habe Abrechnungen, der macht das, der macht das. Nee, brauchst du alles nicht mehr, brauchst du alles nicht mehr, es ist viel einfacher. Meine Abkürzung dafür ist A-A-E-H. A-A-E-H steht für alles aus einer Hand. Das heißt so viel wie, wenn du bei O2-Kunde bist und wenn du zum Beispiel sagst, ich habe einen Mobilfunkvertrag, habe aber zum Beispiel auch noch Bock Fernsehen zu gucken, also O2-TV, dann kannst du das miteinander kombinieren. Das heißt, du unterm Strich kannst du die beiden Verträge miteinander kombinieren und sparst sogar noch bares Geld dabei. Kannst auch hingehen und sagen, okay, ich habe O2, aber brauche nur DSL, auch das kannst du miteinander kombinieren und du kannst auch sagen, ich habe aber eine ganz andere Anforderung. Zum Beispiel meine Oma, die telefoniert sehr wenig, dann kannst du einfach sagen, okay, dann hole ich mir noch einen weiteren Vertrag dazu, für die wenig telefoniere oder eine Partnerkarte kann man damit kombinieren oder aber junge Leute-Tarif, wenn du irgendwie noch jemanden in der Familie hast, wo du sagst, der ist so jung, der braucht noch nicht irgendwie alles, sondern nur ein bisschen. Am Ende des Tages heißt das Kombivorteil, man spart bares Geld, wenn du einfach hingehst und sagst, was kann man denn in meinen Verträgen bei O2 bündeln. Und wenn man zum Beispiel Beratung möchte, dann geht man einfach in den Shop, wissen wir ja, dass die aufhaben, das haben wir ja schon mehrfach besprochen und man bestellt sich dann da seinen Kombitarif oder stellt sich dann da live zusammen. Genau. Kann man auch online machen, aber wenn man Beratung möchte, gerne im Shop. Shop. Jetzt habe ich es verstanden, perfekt, genau so werde ich es auch tun. Der Oh-Moment diese Woche, unser Internet-Humor ist ein TikTok-Video von, hast du das gesehen, von dem Typen, der diese, diese unten, also so ein Splitscreen unten ist quasi ein Kassierer-Bild. Ja, warte, ich schicke es dir einmal. Und oben macht er quasi immer was nach, so wie dieser Kombi-Foto, allerdings im Bewegtbild und in reinem Humor. Das ist einfach, schaust du das die Arten gerade? Ja, weil man, oh Gott, oh mein Gott! Das ist, das ist, das ist ja unglaublich, das ist wie Fontanese, das ist wie Fontanesi, wie den Typen, den ich schon mal als Content der Woche, und wie gut ist das denn? Ja, das ist genial. Unfassbar! Ja. Weil hier kommt jetzt gerade Brian ran. What's up, my man? How are you doing? Finally back. I'm still recording over here. So, just... Müsstens, Brian? You know how to... Nö, Brian, Brian. Where have you been the last six months? Äh, Okinawa and Thailand. Thailand? Yep. There's American soldiers in Thailand? Äh, we stopped by there. Was it a secret mission? No, we were doing a... A co-op, like, we were training with the Thai Marines. So no real combat? No, no real combat. Did you kill a guy? No, no, no. Everything safe? Was für eine Frage! Land of the free, ja? Jetzt erklär ich dir jetzt gleich, er ist ein Soldat. Brian ist beim Run Club das letzte Mal. Ja. Und ist dann, irgendwann hat er gesagt, so, und jetzt wird er deployed, also wird eingezogen und er ist jetzt ein halbes Jahr weg. Und heute ist er zum ersten Mal wieder da und fährt Rennrad jetzt mit. Und er war einfach in Thailand und hat, genau, und hat eine deutsche Freundin, die sehr, sehr nett ist. Du wirst lachen, ich habe mich gerade sogar an ihn erinnert, weil du gesagt hast, das ist lustig, als du den Run Club zum ersten Mal gemacht hast, meintest du, da war sogar so ein GI, sag ich jetzt einfach mal vorsichtig dabei, der irgendwie eine deutsche Freundin hat und die meinte, hier, lauf mal da mit, da ist ein Deutscher, die Straße, nee, der wusste gar nicht, was Sache ist und ihr habt, glaube ich, euch darüber unterhalten oder irgendwie sowas, ne? Genau. Der wusste nicht, wer du bist und was du machst, aber ich meinte eher, wie geil, dass er dann tatsächlich, wenn er zurückkommt, sich sofort wieder meldet und am Start ist. Total. Wie cool von Brian. Genau. Er hat gesagt, er hat sich das alles angeschaut und will die ganze Zeit jetzt Rad fahren, findet er auch geil. Okay, die, erinnerst du noch, als wir über die Nachbarn von unseren Freunden geredet haben, die so viel Party gemacht haben? Ja, ja, ja. Weißt du? Ja. Update da drin, zwei Updates. Das erste Update. Ich höre dir weiter zu, ich muss kurz den Schirm verschieben, weil sonst knallt die Sonne hier gleich auf den Rechner und dann überhitzt der. Kein Problem. Erstes Update, ich fange mal mit den schlechten Nachrichten an, die, ich sitze, unsere Nachbarn sind bei uns zu Besuch, das Telefon klingelt und dann zeigt sie mir die Nachricht, dann ist es der Nachbar, der ihr schreibt, I thought I should share und dann das nächste, die nächste Nachricht ist ein Screenshot vom positiven Corona-Test. Oh. Und die Party-Leute haben Corona. Oh. Also die, die, und ich sag mal so, da waren, also allein als ich da war und da waren, keine Ahnung, 40 Leute oder sowas und tatsächlich musst du dann rechtlich, wenn du so nah aufeinander wohnst, wie wir es hier tun, ähm, in Newport Beach, musst du dann deinen Nachbarn Bescheid sagen, dass das so ist. Und, ähm. Ach, krass. Am nächsten Tag und jetzt wird's, ich weiß nicht, also die, die Geschichten haben nichts miteinander zu tun, aber sie, äh, sie, es ist total weird. Ich war dann da und, und, und jetzt ist ja die Frage, machst du das, also Deep Clean kostet 18.000 Dollar, wenn du wirklich ein Haus desinfizierst. Musst du den, also so, so, wir haben natürlich diskutiert, sollte man denen das jetzt ans Herz legen, sollte man, also, wenn sie es nicht bezahlen können, sollte man es vielleicht sogar als Nachbarn machen, ich, das sind ja so ganz viele Fragen. Währenddessen war es aber so, dass, dass dann so ein bisschen ein Aufruhr passiert ist, während wir, also ich war dann zu Besuch und wir waren auf der Straße und dann, dann kommt so eine, von, von gegenüber, kommt so eine alte Frau in so einem Umhang, also in so einem Morgenmantel, ja, und, also wir reden, es ist 15.30 Uhr oder sowas, ja, und, äh, rennt so über die Straße und, und hat in der Hand so ein Besen, also wirklich wie, wie ein Bild und hat ein Besen in der Hand und geht so auf den Typen zu, der in seiner Garage steht und ist so, you killed my cat, I'm gonna kill your cat, I'm gonna kill your cat und schreit die ganze Zeit auf ihn ein und er war so ganz, ganz dezent und hat immer gesagt, I'm sorry, I'm sorry und ist immer so weiter zurückgegangen, weil er ja auch Corona hat, also, und, und wusste überhaupt nicht und ich, und wir waren immer so, please, please watch the distance und haben immer so von außen und sie hat aber auf ihn eingeschrien, dass, und zwar hat er eine Katze und die Katze scheint zu denen, die streunert immer herum und die Katze, ähm, hat wohl die alte gebrechliche Katze der alten gebrechlichen Frau, äh, getötet, die ist tot jetzt, also die Katze ist tot und die andere Katze wurde gesehen am Tatort und, äh, das wurde um 15.30 im, im Wong-Mantel in diesem Ganzen, da haben sich Szenen abgestpielt und dann hat er irgendwann einfach so die Tür zugemacht, also die, das Garagentor hat er zugemacht, weil er immer weiter in den Garage, please stay outside, stay outside, daran hat sie sich gehalten, also, und dann hat er einfach die Tür zugemacht und ist weg und hat auch so, hat dann die ganze Zeit, hat die angerufen, die Nachbarn, meine Freunde und hat immer gesagt, er wusste ja nicht, was er machen soll, er muss ja Abstand halten, das ist ja auch noch eine alte Frau, die, die noch dazu, also, wie, wie soll er denn, er weiß ja nicht, was auch immer, und am nächsten Tag, da war ich allerdings nicht dabei, das habe ich nur erzählt bekommen, ähm, kam dann, äh, die, die, die Tier, äh, die Tierbehörde von Newport Beach und hat, und meine Nachbarn haben das so geil erzählt, weil die hat so, die haben dann vor deren Haus geparkt, vor der Garage und dann hat Jim, der Typ, mit dem ich auf dem Rad fahren gehe, hat gesagt, können Sie bitte woanders parken, ich muss hier raus aus der Garage und dann sagte die Frau von der, von der, ich weiß nicht, was ist es denn, Tier Patrol oder Animal, Animal Control, glaube ich, hat schon gesagt, I'm on a mission, ja, und also, naja, jetzt, also, und dann hat die aber, ist die dahin, hat auch den Nachbarn wieder angesprochen und, und hat, während sie mit ihm über die Katze geredet hat, die rumstreunert, hat sie immer die Hand an, an den Halfter, an, an, an den Teaser gemacht, wie so ein Einsatzding, volle Kanne, volle Kanne und hat immer, also zumindest hat er es erzählt so, und hat immer so, ähm, und hat dann ein Gespräch mit dem Nachbarn darüber geführt, das ist so ein 30-jähriger Dude mit langen Haaren, der eine Katze hat, darüber, dass die Katze, ähm, dass die Katze rumläuft, dann hat er gesagt, naja, ist halt eine Katze, was, was sollen wir denn machen? Und dann hat sie gesagt, Katzen müssen in Newport Beach außerhalb des Hauses angeleint werden. Hör auf, was ist das für eine Story? Was, bitte, was, was soll denn das? Und so weiter, und aber, also, rechtlich ist so, hat die Animal Control gesagt, wenn sie die Katze nochmal draußen erwischen, dann kassieren sie sie ein. Wird die dann getasert, oder was? Ich habe keine Ahnung, aber wie willst du denn eine Katze im, im, absolut, also völlig abstruse Begriffe und, und, also auch so, dass es ist, ja, eine Katze, als solche, da kannst du ja nicht sagen, nee, hä, was, was für ein Quatsch? Völliger Quatsch. Amerika. Sehe ich auch so und ist auch so, aber Amerika, fuck yeah, es ist so, wie es ist, aber es, es kommt langsam, langsam aber sicher näher und man merkt auch schon so in den, also so, so, wenn wir Freunde treffen oder was auch immer, was, was für mich eine Veränderung auf jeden Fall ist, ist, dass ich, also wenn ich Geschichten erzähle und wenn ich Sachen erzähle und wenn ich Kommunikation betreibe, dann, dann zeige ich oft Fotos, also ich zeige dann, wie es in Deutschland ist oder ich zeige was auch immer und ich habe dann, also das ist ein wichtiges Mittel in meinen Gesprächen immer gewesen und ich merke, dass es dadurch entsteht eine Sensibilität zu geben, ja, die, die normalerweise früher haben sie halt immer ähm, einen Telefon, äh, äh, also, wie soll ich sagen, die haben immer das Telefon in die Hand genommen und haben dann so zu dritt drauf geguckt und das ist aber jetzt, das nehmen sie natürlich jetzt nicht mehr in die Hand. Oh Gott, oh Gott, so weit sogar, ja, ja, klar. Ja, und gleichzeitig will ich aber nicht so nah an die Leute ran und will es ihnen aber trotzdem zeigen, also, vielleicht heißt es doch größere Telefone wieder, also, vielleicht sollte Apple jetzt 18 Zoll Telefone machen, weil man das wieder benutzt. Oder wir nehmen es einfach ein iPad mit. Das merke ich doch. Klaas schreibt gerade übrigens wieder und sagt, natürlich könnt ihr mich benutzen, Kusssmiley, Kusssmiley. Ach, der Klausi. Also, wir sind rechtlich auf einer sauberen Tour. Das wollte ich nur erzählen, ähm, und, also, also, ich hab einen. Aber es ist ja schon, ne, also, so, so sehr, äh, und, und das merkt man ja hier, wenn man, wenn man vom Nordsten irgendwie den Podcast auch hört, ne, alle sagen ja, dass es im Herbst auch nochmal richtig, äh, eine zweite Welle geben wird, weil bei euch muss man sich ja ja wirklich eher Sorgen machen, dass die erste noch gar nicht abgeebbt ist, wenn die, wenn die zweite reinschlägt. Also, das ist ja jetzt schon absurd, was da bei euch los ist. Also, das heißt, du merkst jetzt auch quasi im, äh, im, äh, direktesten Umfeld schon, wie, äh, Corona-Fälle auftreten. Tutter. Und, aber die, also, ich meine, die Frage ist ja generell, dass, ich finde diese allgemeinen, aber, also, da, da, das Problem ist, jeder weiß jetzt irgendwas, weißt du, also, der eine ist Arzt, sagt dir das, der andere ist Feuerwehrmann und weiß ganz genau, was passiert. Die dritte arbeitet bei der Stadt und hat die ganzen, also, weißt du, so diese, das gefährliche Halbwissen trifft natürlich auf eine Medienlandschaft hier in den USA, wenn du dir die, 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 also, was wirklich, glaube ich, passiert und das finde ich sehr, sehr gut, ähm, ist, Trump is going down. Also, da merkst du so richtig, der hat sich verhoben und die allgemeine Meinung ist wirklich, also, auch visuell, dieses eine Foto, wie er da so verkämpft, abgekämpft, äh, schlecht gelaunt nach dem Ding und, und das ist ja schiefgegangen und wie er verarscht wird und wie jetzt, hast du mitgekriegt, dass die, also, erst haben sie ja quasi durch die Anmeldung, das hast du ja bestimmt gelesen, oder? Ja, 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 die Fake-Anmeldung gemacht haben und wie sie sich tot, da muss man sich ja totlachen dafür, wenn das klappt und der Typ sagt, wir haben Millionen Anfragen, ja, ähm, und als zweites machen sie jetzt das Retargeting, die heißt, ähm, die gehen jetzt auf die Trump-Seite und, äh, legen sich alle, äh, Entschuldigung, ne, die legen sich Trump-Fan-Artikel in den Warenkorb und, äh, brechen den aber dann ab und dann gibt die Kampagne natürlich Geld dafür aus, um die Leute wieder hinzukriegen, weil abgebrochene Warenkörbe sind halt das Haupt-Targeting-Ding und, äh, so ziehen die jetzt gerade, natürlich kauft keiner dann Trump-Kappe, aber es ist genial, also da gibt es jetzt eine wirklich aktive und das finde ich extrem geil, wie diese Generation TikTok oder, oder was auch immer da ist, wirklich sinnvolle und, und eben nicht nur bescheuerte Tänze und was auch immer, sondern, sondern es sind ja richtig ausgecheckte, geile Aktionen, die einfach richtig gut funktionieren, das fand ich richtig, richtig mega geil. Ja, das ist so ein bisschen General Analytica, oder wie hießen sie hier, die, äh, genau, wo er ja quasi sich, Cambridge Analytica, genau, ähm, wo, wo sie hingegangen sind und quasi die großen Daten benutzt haben, um Kampagnen zu gewinnen, dass das jetzt quasi genau das Gegenmittel ist, um ihm da irgendwie das Handwerk zu legen, äh, und dann aber nicht aus so, 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 so Millionen Investments heraus zu sagen, wie läuft denn das eigentlich, sondern aus so einem Digital-Native-Verhalten heraus zu sagen, warte mal ganz kurz, wenn wir uns einfach organisieren, dann kriegen wir ihn genauso, äh, mega geil. Ja, mega gut und das, äh, das sind für mich, das ist der Content der Woche, die Gewinner der Woche, die habe ich nämlich auch noch, wollte ich dir noch erzählen und das, 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 ich weiß nicht, ob du das wahrscheinlich, ist das auch wieder ein gemeinsamer Nenner und du sagst, ja, war mega, aber ich habe, also, wurde jetzt dreimal gefragt, ich bin nicht so der Mensch, der irgendwas vermisst und der, also so, ich vermisse wieder Deutschland, ich vermisse, ich bin, hat dann nie Heimweh gehabt oder wenn ich weg bin, will ich wieder oder was auch immer, sondern, 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 ich bin irgendwie so trolldorf, dass ich mich ja immer auf die nächsten Sachen freue und da passiert ja immer irgendwas und deswegen ist es so. Jetzt hatte ich aber am Wochenende zum ersten Mal, dass ich so, vielleicht wehmütig oder was auch immer, es gab, gab was, was ich konsumiert habe und wo ich so wirklich aus vollem Herzen mir mehrfach am Tag gesagt habe, da wäre ich gern dabei gewesen. Das war, also, das ist was, was ich wirklich vermisse, wenn dann, also, dass ich das nicht konnte, physisch und nicht hin und zwar ist es Peter Bender, mein alter, also Peter Bender war mein erster, einer der, der vierte Praktikant und der hat, der stand bei mir, als er 18 war, aus Bad Kreuznach und Skater war, mit so langen Haaren und einem Airbrush-Fantasy-T-Shirt im Studio und sah so daneben aus, dass, also, du hättest den, hat sich vorgestellt und er war so raus, also so Look-and-Feel-mäßig sah der so wahnsinnig daneben aus, dass ich gesagt habe, okay, du siehst so komisch aus, ich nehme dich sofort, das ist genial und habe ihm sofort zugesagt und der ist mega geil gewesen, ein ultra-talentierter, geile Bildspracher, danach dann auch, ja, sehr erfolgreich, der hat dich auch ein paar Mal fotografiert und so weiter und ist irgendwann nach Bad Kreuznach zurückgegangen und macht Foto und Video, glaube ich, auch und Brosche-Kampagnen und ultra-erfolgreich und auch zu Recht, weil er wirklich sehr, sehr gut ist in dem, was er tut, Bilder erstellen und der macht nebendran und das fand ich Chin Chin Tour, was heißt das, oder Chin Chin Reisen, C-I-N-C-I-N. Unfassbar, lustig, dass du sagst, ich habe es gesehen und fand es auch so gut. Und sie reisen quasi durch, also es sind drei Tage und sie fahren drei Tage durchs Weinland und dadurch, dass Peter, Rheinhessen, also Bad Kreuznach und so weiter, nicht Rheinland, Entschuldigung, und dadurch, dass aber Peter ist A, da aufgewachsen und B, hat der, fotografiert der die ganzen jungen Winzer alle und macht die Medien für die und die Webseiten, der ist so krass vernetzt, dass der halt auch ein unfassbares Knowledge in Sachen und das ist halt, Rennrad trifft Weinproben sozusagen und dann sind die mittags bei 30 Acker und sind zwischendrin und da waren auch, uns waren halt zwei alte Hamburger auch, also so mein ehemaliger Bildbearbeiter Jonas, der auch im Rennrad ist und Christoph war der Typ, der damals einen Grafiker, mit dem wir super viel gearbeitet haben und oh my god, das Techno Music haben die mitgemacht und so und das war halt alles so, so meine Hamburger Jungs gefühlt, die auch Peter kannten, kamen da mit so einer Gruppe von 20 und jeder Einzelne sah so aus, dass er sausympathisch ist, jede und die Zahlen, ich hab mir so auf Strava dann so angeguckt, ah so und so viel Kilometer und da hätte man dann auch so und so und abends sitzen die dann zusammen und das war alles so, alter Schwede, sowas will ich, also wenn das nochmal gemacht wird, dann will ich da unbedingt hinmachen und du solltest da auch mitkommen. Chin Chin heißt das Ganze, Chin Chin heißt das Ganze auch noch und das Icon sieht mega gut aus, ich hab's auch nur gesehen, weil ich Peter auch kenne, hier durch Fotos für drei Freunde und was aber, was ich daran mega finde ist, da verbinden sich so zwei Welten miteinander, die man jetzt im ersten Schritt gar nicht miteinander verbunden hätte, nicht zu sagen, wir fahren Rennrad, aber von Weingut zu Weingut, aber dann alle so total fully equipped mit den geilsten Rädern, mit dem geilsten Equipment und dann aber da hinzufahren und sich nicht, also nicht so weinproblemäßig zu besaufen, sondern wirklich so, also wenn man so möchte, fast kulturell interessiert, sich damit auseinanderzusetzen, was das bedeutet für die Region und wer sind diese Menschen, die da irgendwie jetzt so nach und nach ja dann auch das Regiment der Elterngeneration übernehmen und sagen so, okay, ich muss das Weingut weiterführen, ich fand's auch so geil und war so fasziniert, aber lustig, dass du es auch, ich hätt's jetzt nicht auf dem Schirm gehabt für einen Podcast, das ärgert mich fast gerade, dass ich das nicht erachtet habe als Hero der Woche. Aber dafür bin ich ja da. Dafür bist du da, dafür verstehst du es nochmal mehr. Aber ich dachte auch so, wie, weil ich bin es tatsächlich auch mal wieder bei Peter auf dem Account und denke mir dann so, Wahnsinn, weil der auch immer so Rennrad fährt und dann auch so wahnsinnige Touren postet, wo du mir denkst, oh Mensch, was für eine geile Gegend, um Rad zu fahren, wenn du da durch die Weinberge cruisen kannst. Und auch wie die, also aber auch wie das gemacht war, das sah schon auch, also weißt du so, ich hab so zumindest eine Wahrnehmung, ist dann seine Freundin Franzi, die irgendwie, glaube ich, die ersten zwei Tage organisiert und dann so alles, dass die, wenn die ankommen, da sind, den dritten Tag fährt sie dann einfach mit und so weiter. Das war alles so familiär, wie das wirkte zumindest. Und das sind ja keine, das ist ja keine Werbeagentur, die das macht, sondern alles daran war, oh Mann, warum bin ich da jetzt nicht? Warum darf ich da jetzt nicht machen? Das passiert mir ganz, ganz selten. Aber hundertprozentig, genau das Gefühl hatte ich auch, ja. Ich dachte auch so, oh geil, da muss man eigentlich mal gucken, dass man dazukommt. Ja, machen wir das nächste Mal. An welcher Stelle im Ausland wurdet ihr mal erkannt, wo ihr niemals damit gerechnet hättet? Da habe ich eine Antwort drauf, also das ist eine Frage, die gerade reinkam. Ja, ich bin mal durch Vancouver in Kanada gegangen und war da zu Besuch letztes Jahr im Sommer, da haben wir, glaube ich, auch irgendwas gesprochen und dann sind wir irgendwo durch so einen Ort und dann war ein so ein Typ, der so Touristenbusse verkauft hat mit so einer Fahne und so einem Ding hinten drauf, halt so ein Promo-Mensch und der hat dann so, do you wanna take a ride, do you wanna take a ride? Und dann steht da so, oh, you're Paul Ripke, you're my hero, you're my hero und hat dann so völlig und so laut, dass echt viele Leute sich umgedreht haben und der war dann so die Reihardt-Formel-1-Fan und hat halt irgendwie dem ist alles entglitten und das war ein Ort, wo ich es nicht erwartet hätte, muss ich sagen. Ich habe die Geschichte umgekehrt. Ich habe die Geschichte genau umgekehrt. Ich habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon zwei, drei Jahre MTV TRL moderiert und bin über einen Kuhdamm gelaufen in Berlin und dann kam so ein Typ auf mich zu mit so einer Kladde in der Hand und meinte so, hey, na, du siehst cool aus und deine Freunde auch. Hättet ihr drei nicht mal Bock, hier irgendwie eine Show euch anzugucken? Und ich dachte mir so, mal gucken, was er jetzt will. Und dann meinte er so, sag mal, MTV kennt ihr? Wir so, ja klar, kennen wir. Hättet ihr mal Bock, bei TRL als Publikum dabei zu sein? Und da dachte ich nur so, okay, so weit bin ich noch nicht. Es scheint noch ein langer Weg zu sein, bis Leute einen auf der Straße erkennen, aber da wurde ich tatsächlich als MTV TRL-Moderator gefragt, ob ich Bock hätte, Gast in meiner eigenen Sendung zu sein. Das ist bei mir andersrum, weil ich glaube, das ist bei dir dann vielleicht nochmal absurder aufgrund der unfassbaren Reichweite durch F1 und der Internationalität ist es bei mir dann immer so, wenn man irgendwo im Ausland ist und auf einen deutschen Touristen trifft, ist es schon möglich, dass man angesprochen wird, aber man hat dann auch immer eher so ein Ja, hallo. Und dann geht man auch weiter, was für beide dann irgendwie weird ist, wo man dann auch denkt, so hier. Aber ich fand den Moment einfach so mega, werde ich nie vergessen. Wo man so mit seinen beiden Homies. Ja, und vor allen Dingen auch mit seinen beiden Homies aus der Schulzeit. Man ist so, ja, ich wohne jetzt in Berlin, ich arbeite jetzt bei MTV. Ich bin jetzt berühmt. Ich bin der coole Motherfucker. Lass jetzt nicht essen gehen, da muss ich Fotos machen. Ja, also super anstrengend. Lass heute Abend gucken, dass wir in den richtigen Club gehen, weil sonst ist es irgendwie auch doof für mich, so wegen Ruhe und so. Und dann läufst du dann mit denen über die Straße und dann kommt so ein Promoter und sagt, ey, hättet ihr drei nicht mal Bock, irgendwie hier bei TOL Gast zu sein? Und das war danach auch nur die Frage, sag mal, moderierst du das nicht? Und dann so, ja, das moderiere ich. Das ist jetzt aber, ja, habe ich genau umgekehrt. Genial. Hast du noch eine Frage? Und dann müssen wir leider aufhören, wenn der Bike Club hier rund losgeht. Ja. Der Paris-Support Club steht vor der Tür und ist bereit. Ich hatte, okay, dann möchte ich gar nicht lange, 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 hier. Dann gab es eben eine Frage, die habe ich eben gelesen. Jetzt finde ich nicht mehr, von wem sie ist. Ich bitte zu entschuldigen, dass ich nicht den Verfasser nenne. Aber die Frage war, ob wir lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen wollen würden. Ja, ich habe eben auch schon, ich habe schon die Kunden, im ersten Moment dachte ich so, ich würde gerne in die Zukunft reisen, um zu sehen, was passiert, um dann, weil ich bin ja in die Zukunft gereist und das heißt, ich dürfte ja auch wieder zurück ins Hier und Jetzt, weil wer da hinreisen möchte, ja trotzdem. Nee, darfst du nicht. Ah, okay. Nee, darfst du nicht. Dann würde ich in die Vergangenheit reisen. Ich würde einfach da bleiben, wo ich bin. Ja? Ich würde nirgendwo hinreisen. Das ist eine Antwort, mit der habe ich nicht gerechnet. Das ist mega geil gerade. Das ist der geilste Ort der Welt. Das ist ein super, hey, wir sind 40, du kannst im Stangewirt dir ein Rosé kaufen. Also es ist jetzt auch nicht, wir hasseln nicht hart, wir haben eine gesunde und gute Familie. Nee, wir sitzen zu einem guten Ort, in einem guten Teil. Ich dachte, ja. Gegenwart ist schon ziemlich geil. Ja? Ich kann es nur für mich reden. Ja, nee, 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 alles gut. Wahrscheinlich überschätze ich da auch maßlos meine eigene Position, aber ich hätte das Gefühl, wenn ich mit dem Wissen von Jetzt in die Vergangenheit reisen dürfte und gar nicht für einen selber, sondern vielleicht hätte man die Chance, zwei, drei Dinge, aber wobei das auch immer so Butterfly-Effekt-mäßig, wenn du da verstellst, ein kleines Rädchen in der Vergangenheit und dann wer weiß, was in der Zukunft passiert. Aber ich hätte zumindest so den Wunsch, so zwei, drei Dinge vielleicht anzufassen, wo ich mir denke, ah, da hätte man früher drauf kommen können. Wenn man weiß, dass der Klimawandel seit den 80ern zum Beispiel besprochen wird und seit den 80ern auch bekannt ist, dann fragst du dich halt so, okay, wo war ich die ganze Zeit und warum habe ich nicht meine mediale Power mehr dafür genutzt, irgendwie auf so ein Thema aufmerksam zu machen? Vielleicht hätte ich mich einfach schon viel früher bei Greta Thunberg gemeldet und hätte gesagt, weißt du was, lass uns das mal anders denken. Lass uns mal irgendwie von vornherein irgendwie gucken, wie man das richtig macht, weil ich kann dir sagen, ich komme aus der Zukunft. Und ich glaube, Greta Thunberg wäre jemand, die würde mir glauben, wenn ich sage, ich komme aus der Zukunft, dass man hingeht und sagt, wir müssen da was verändern. Aber einfach nur auf der Basis, dass ich den Wunsch hätte, Dinge, die mich im Hier und Jetzt nerven, vielleicht aktiv verändern zu können. Aber vielleicht ist es auch ein totaler Irrglaube zu denken, dass das einen wirklichen Impact hätte, sondern dass man damit so viel anderes verändert, dass es vielleicht noch viel schlechter wäre als im Hier und Jetzt. Vielleicht ist deswegen die Antwort von dir aus dem Bauch gar nicht so falsch zu sagen, man ist im Hier und Jetzt am besten aufgehoben. Sehr gut. Sehr gut. Wir sehen uns Mitte August wieder. Wir hören uns Mitte August und sehen uns hoffentlich auch, das würde mich auch sehr freuen und vielleicht machen wir AWFNR Summer Breeze, weil die arrivierten Podcaster alle ihre Luxusurlaube da verbringen, wo sie sie verbringen können und wir als die Newcomer im Game halt wissen, was die Leute wollen, nämlich Content, Content, Content und nah an unserem Leben dran sein. Du, ich hau die Tage. Das wird im Newsletter übrigens passieren, also im Newsletter ist es ja da. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich nicht meinen Hero und mein Dings, aber das packe ich dann einfach in den Newsletter. Paul, viel Spaß beim Paris-Suppless heißt es, richtig? Genau, Supless, no soup, no soup. Bei uns gibt es keine Suppe. Okay. Nein, Supless. Für alle, die es ist Supless, ja. Für alle, die es nicht verstanden haben. Sehr gut. Ja, wir gehen Radfahren jetzt und ich freue mich auf Verlust. Paul und ich sage ich schon, Jakob und ich machen die Weinflasche jetzt leer. Prost, Neuer und AWFNR wird präsentiert von O2, Firma O in deinem Leben. Tschüss. Tschüss.